Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, muss ich dennoch noch einmal das Thema der Demonstrationen gegen die AfD aufgreifen, aber nicht nur die Demonstrationen an sich, sondern auch die mit einhergehende Rhetorik, die immer schärfer und aggressiver wird und mich auch zunehmend an die Corona-Zeit erinnert. Und es ist für mich, um ganz ehrlich zu sein, intellektuell und emotional kaum noch erfassbar oder ertragbar, mit ansehen zu müssen, wie nur so wenige Jahre später schon wieder die nächste billige mediale Manipulation perfekt aufgeht und funktioniert. Früher ging es gegen die Ungeimpften, gegen die man ja kämpfen musste, weil sie ja die Demokratiefeinde sind und jetzt geht es gegen Konservative und Rechte, weil die ja alle Nazis seien. Man kämpft auf diesen Straßen, bei diesen Demos, gegen einen Feind, den es so auf diese Art und Weise gar nicht gibt, aber sie merken es gar nicht mehr und sie fühlen sich so gut dabei und sie stellen sich dermaßen über das Gesetz und über jegliche Moral, dass sie gar nicht mehr merken, in was für einem Strudel sie sich gerade befinden. Komplett negativ ist das Ganze natürlich auch nicht zu bewerten, denn immerhin lassen immer mehr Menschen ihre Masken fallen und zeigen ihre faschistoide Fratze, die sich dahinter befindet. Denn das Unwort des Jahres 2024 ist eindeutig das Wort Demokratie und alles, was damit zusammenhängt, denn es wurde völlig Sinn und Zweck entfremdet und man möchte damit eigentlich einfach nur den politischen Gegner kaputt machen, indem man ihm die demokratische Legitimation abspricht. Und diese Fratze, die fällt, wie gesagt, auch in der Rhetorik, denn alle sind auf einmal Nazis. Jeder, der irgendwie anders denkt, jeder, der eine politische Wende sich herbeimünscht, ist ein Nazi. Nazi hier, Nazi dort, Nazi überall. Man hört nur noch von Kampf gegen Nazis, die es so, wenn man in die Realität sieht, einfach nicht gibt. Gibt es Neonazis in Deutschland? Ja, absolut. Besteht die AfD ausschließlich oder zur Mehrheit aus Nazis? Natürlich nicht. Vertritt sie nationalsozialistisches Gedankengut inhaltlich? Nein, natürlich auch nicht. Aber das interessiert diese Leute nicht mehr. Sie sind aufgewiegelt. Wie es dazu übrigens kommen konnte, kann man sich gerne bei meinem letzten Video ansehen. Da habe ich das Ganze etwas tiefer gehender analysiert. Und jetzt ist es aber so weit, dass man wirklich mitbekommt, wie die Rhetorik, aber auch die gesamte Bewegung sich gegenseitig nicht nur aufstachelt, sondern auch ermutigt, eben noch weiter zu gehen. Und diese gesamten Verbotsgedanken der AfD, also gegenüber der AfD, die werden immer konkreter. Und auch ihnen die Grundrechte abzusprechen, das wird immer konkreter. Das heißt, die faschistoiden Vorstellungen gegenüber Andersdenkenden, die erhalten jeden Tag noch mehr Zulauf und noch mehr Zuspruch von diesem sich selbst zusprechenden Klientel. Und auf diesen Zug der AfD und ihren Unterstützern die Menschlichkeit abzusprechen und auch die demokratische Legitimierung springen ja nicht nur die Medien auf und leider auch sehr viele Bürger, die nichts anderes machen als Tagesschau zu sehen, sondern auch viele Politiker, leider auch von der CDU, die wie gesagt, und das habe ich schon hundertmal erwähnt in meinen Beiträgen, absolut gar nichts mehr mit Konservatismus zu tun hat. Hier schreibt zum Beispiel Hendrik Wüst, es geht bei den Wahlen 2024 nicht mehr ausschließlich darum, welche demokratische Partei die Wahl gewinnt. Es geht darum, ob überhaupt eine demokratische Partei vorne liegt. Das heißt also, wenn die AfD demokratisch gewählt wird, ist sie trotzdem keine demokratische Partei. Das ist Orwelscher Sprech in Rheinkultur 1984 lässt grüßen. Es ist die klassische Umkehr all dessen, was man irgendwie als Logik bezeichnen würde und ist absolut klassisch für diese Bewegung. Das hat man schon in der Corona-Zeit gesehen, das hat man beim Klimathema gesehen. Es ist ja meist das gleiche Klientel oder ein sehr ähnliches Klientel und das sieht man jetzt bei dieser gesamten Thematik. Und dann geht es natürlich noch weiter und er schreibt, die AfD ist keine konservative Partei und erst recht keine wertorientierte Partei. Die AfD ist eine Nazipartei. Man entmenschlicht also die AfD und was das gesellschaftlich bedeutet, das kann man sich nur ausmalen, wenn man dem keinen Riegel vorschiebt. Und mit Riegel vorschieben meine ich vor allem in Form von Aufklärung und Besonnenheit. Das Letzte, was man jetzt tun darf, ist sich auf dieselbe Ebene zu begeben, wie diese Menschen, die sich hier gerade gegenseitig völlig wahnsinnig aufschaukeln. In ihren Augen sind das alles Nazis, alles Unmenschen, die man bekämpfen muss, auch wenn das nichts mit der Realität zu tun hat und man muss das ernst nehmen. Das sind viele Menschen, es sind nicht wenige. Man hat gesehen in der Corona-Zeit zu was das führen kann und man weiß auch gerade bei linksextremistischer Gewalt durch die Antifa zum Beispiel, dass ein Erstarken solcher Bewegungen auch immer solche Gruppierungen dazu ermutigt, noch weiterzugehen und Gewalt auszuüben. Also hier ist eindeutig etwas am Laufen, was man nicht einfach irgendwie auf die leichte Schulter nehmen darf. Es ist etwas, was mich sehr bedrückt, etwas, was mich, wie gesagt, fassungslos macht, weil es zwar fachlich erklärbar ist durch die Massenpsychologie, aber trotzdem auf einer gewissen intellektuellen, vor allem auf einer emotionalen Ebene nicht mehr ertragbar ist. Und ich kann nur jedem ans Herz legen, bleibt diesem Menschen gegenüber besonnen. Geht nicht auf sie ein in ihrer Aggression und in ihrem Wahn, den sie hier ausleben und schaut, dass ihr in eurer Mitte bleibt. Denn das, was sie vorgeben zu bekämpfen, das sind diese Leute schon lange selbst geworden. Leider. Abschließend würde mich eure Meinung dazu interessieren, wie bekommt ihr diese Bewegung aktuell mit? Könnt ihr das auch feststellen, dass das wirklich zunehmend aggressiver und aufgeheizter wird? Was ist eure Reaktion auf diese gesamte Anti-AfD, aber auch generell Anti-Andersdenkende Bewegung? Bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben. Im Übrigen würde ich auch niemals diesen Leuten das Absprechen demonstrieren gehen zu dürfen. Sie haben absolut das Recht dazu und auch absolut das Recht, ihre Meinung zu äußern. Niemals würde ich auf die Idee kommen, irgendwie eine ihrer Parteien verbieten lassen zu wollen. Bitte sehr gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Mir gehen langsam die Worte aus, weil ich nicht mehr genau weiß, wie man da auf inhaltliche Ebene noch reagieren soll. Ich wünsche euch trotzdem ansonsten wie immer alles Gute. Abonniert mich noch sehr gerne hier auf YouTube. Schaut unbedingt bei Telegram vorbei und wir sehen uns später beim nächsten Mal wieder. Schaut unbedingt bei Telegram vorbei und wir sehen uns später beim nächsten Mal wieder.